Hat sehr viel Spaß gemacht mit den Fans und mit der Kulisse zu Hause so ein ausgekauftes Heimspiel zu haben, war wunderbar. Ja, ich denke, in der ersten Halbzeit waren wir auch schon recht gut drin. Leider geht HSV mit so einem blöden Standard-Tor in Führung. Ich denke, ja, und dann hat der Lasogga noch eine Chance, aber ansonsten hatten die jetzt nicht viele Torchancen. Ich denke, wir hatten die schon recht gut im Griff. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir halt ein bisschen mit Mut gespielt und ja, wurden dafür halt belohnt.